Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Beim SC Freiburg sucht man im Sommer wohl einen neuen Stürmer. Ermedin Dimirovic könnte den Preisgauf verlassen und gesucht ist dann ein Stürmer, der vor allen Dingen über Körperlichkeit kommt, sprich eine gewisse Körpergröße mitbringt, kopfballstark ist und im besten Fall auch noch eine gewisse Physis. Damit möchte Freiburg etwas flexibler vorne agieren. Und wie die Sportbild nun berichtet, könne Steffen Tigges vom BVB eben dann noch ein Thema werden, sollte Dimirovic sich im Sommer von Breisgau verabschieden. Tigges würde genau in das Anforderungsmöhe passen, aber natürlich ist da die große Frage, macht ein Transakt für alle Beteiligten Sinn? Beim BVB pendelt ja Tigges zwischen Bankplatz bei den Profis und Startauf-Einsätzen bei der zweiten Mannschaft. Bei Freiburg winkt ihm natürlich eine etwas größere Rolle. Natürlich ist auch die Frage, was ihm am BVB noch zutrauen wird, ob er ihn vielleicht, wenn, verleihen möchte oder sogar verkaufen will. All das sind Fragen, die man dann beantworten muss. Es gab ja sogar schon mal Interesse vom 1. FC Köln an Tigges. Der Wechsel hat sich ja relativ schnell aber auch zerschlagen. Und jetzt hat Freiburg ihn zumindest auf dem Zettel. Und ich bin mal gespannt, wie es mit Tigges mittelfristig weitergehen wird. Eure Meinung zum BVB stürmen wir mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.